Gut Leute, was geht? Willkommen zurück zur nächsten Folge Xenoblade Chronicles 3. Oh Junge, Junge, Junge. Das Game ist so groß, ich komm nicht drauf klar. Was haben die sich denn da bei gedacht? Was ist das für ein Vieh? Oh, ein Frosch. Größer als groß, ja. Also, ich bitte dich. Ich bin über 30 Stunden in einem Game. Ich hab völlig, ich weiß gar nicht, wer in welcher Folge wir sind, Leute. Es tut mir leid, weil ich immer mehrere Folgen hintereinander aufnehme. Und. Und, äh, es gerade kam wieder so ein riesen Batzen Erneuerung dazu. Junge, Junge, Junge. Jetzt hat einfach jeder eine eigene Ouroboros-Form. Jeder. Sie sind nur bewusstlos. So, ja, wenn die nur bewusstlos sind, ist ja nicht schlimm. So, ja, das ist ja schon. So, ja, wenn ich allesça New. In der Näheu das nicht versuche. So, ja, ich bin mir ganz miles... Das ist ja schon. Ich bin mir ganz schön. So, ja, ich bin mir ganz schön. So, ja. Ich bin mir ganz schön. So, ja, ich bin... Ich will nicht mit dem spielen. Man, Tai auch nicht. Können Sie das machen? Wo ist Commander Izzard? Ich will nicht. 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 Und wenn du es sicher hättest, ich möchte, dass du sie besitzt hast. Wie kann ich... besitzen? Hallo! Hallo Räub! Und eine von ihnen war besonders brillant. Ich würde dich hier büren. Das wird sie, außer all der Angst, deine Verkunft durch die Kindheit zeigen. Kätzchen ist wieder da, Leute. Katschen werden auf den Stream. Katschen werden auf den Stream. Sie ist doch eh der heimliche Star hier. Ich kann es euch nicht zeigen, aber sie liegt jetzt auf meinem Schoß und darf jetzt nichts mehr machen außer sie zu kraulen. Versuch mal. Ah! Er ist ja fast runter gefallen. Da hat sie auch recht. Eine ganze Folge hochladen, wo ich nur die Katze kraule. Wenn sie mich schon angucken, so grauenlöcke fällig, so aufzuspielen. Ziv. Wer kennt den grauen Wolf Ziv? Wir haben ein paar neue Namen registered. Wir haben ein paar neue Namen registered. Das kann ich bitte wieder. Ja. Danke. Es ist immer noch Kapitel 3. Heilul. Ich muss ganz viele zum nach Hause schicken. Ich muss ganz viele Sachen schicken. Ah, sind sie sich gegen einen anderen? Rude. Ah! Das war's. 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 So, uh, when's the battle happening? Das ist einfach, mit einer Katze auf dem Schoß zu spielen. Ganz einfach. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das Name. Was machst du das? Land hat keine Takt. Das auch. Es geht um Atonung. Riku, was hast du da gesagt? Warum haben wir sie gesehen? Ich weiß, dass sie nur Hülle-Vesseln waren. Aber im Grunde, wir haben sie entschieden, zu kämpfen und sie zu töten. Und nichts kann das Thema ändern. Auch wenn es nicht jemanden gibt, müssen wir das tun. Im Grunde genommen. Oh, ich verstehe. Atonung, hm? Hey, ist Erd okay mit dem? Es ist ein bisschen... Ja, er geht nicht. Okay. Ich glaube, Sie sind alle weirdos. Aber trotzdem. Es ist ein bisschen strange. Ich frage mich, wann es all angefangen hat. Ich kann Ihnen genau sagen, wann. Aber ich würde sagen, dass es angefangen hat, als eine Art Prozess, für den Aufbau der Welt. Das ist ein bisschen verrückter Prozess. Das ist alles über meine Hände. Es ist ziemlich einfach. Es gibt eine Art Sicherheit. Die Sicherheit. Es machte dich denken, dass deine freundlichen Freunde sich ausfüllen, 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 ausfüllen. ausfüllen, ausfüllen. ausfüllen, ausfüllen. ausfüllen, ausfüllen, ausfüllen. ausfüllen, ausfüllen, ausfüllen. ausfüllen, 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 ausfüllen. Nein, nicht schnell. ausfüllen. ausfüllen, 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 ausfüllen. Sorry, Hold on a sec! Sorry, Mia. If we hadn't done what we did, chances are we would have all been dead by now. That's why we... It's alright. Everyone understands why. You were really brave, Senna. Uh, really? You're not just saying that? Nope. This real thrill of travel! Excitement mounting! Huh. Seriously. Nopon can be a bit too easy-going. Everyone deals with things in their own way. Is that right? And why are you acting all normal? It was Yoren! He was... He looked just like his old self! I suppose... You think you're the reason for that, do you? Huh? In that case, I'm telling you to drop it right now. So Yoren turned up. That alone isn't so bad. Of course it is! Figuring out why it happened. That's what we should do. What do you mean, why it happened? The reason we became Ouroboros. The reason the world looks like this. It's all connected. I'm sure of it. Or maybe you just want it that way. Better than being stuck in the past. I don't... I can't... I'll never... Snuffing forget! There shouldn't be any life in those bodies, but the moats still rose. So that means... I knew it. The dead don't think anything. They don't speak. But... Survivors speak for them. To celebrate their life... and death. That's why... I'm here. The end of the day... I'm not here. I miss you because we have friends. I'm here. I'm.. I'm here. I'm not here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. Lanz, wir sind noch alive. Es ist nicht so, dass du so sulkst. Piss off. Jetzt habe ich deine Schöpfe. Hm? Vielleicht nicht, aber ich werde etwas wärmer. Uni, für Sparks' sache, wreathe die Raum. Schau, Lanz. Ich war da auch da. Niemand fragt dich zu vergessen. Niemand sagt nur, weiter. Ah, Noah. Er ist immer ein Schritt vor. Sie wissen, dass er ein off-seher ist. Er ist näher zu uns als wir. Zu denjenigen, die weg sind. Dasselung, ist nicht einfach. Ich weiß. Aber noch nicht, ich will nicht nachdenken. Ja. Ja, du bist richtig. Ich weiß nicht, dass wir noch nicht mehr gehen können. Ich weiß nicht, dass wir noch nicht mehr gehen können. Ich weiß nicht, dass wir noch nicht mehr gehen können. Ja, ich weiß nicht mehr. Ja. 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 Der Agnian-Kommander schießt die Hände! Ich werde dich töten! Er hat zwei Monate zu gehen! Und du Mutters hat ihn verletzt! Ich habe langsam das Gefühl, das sind Maschinen oder so. Weil bei diesem Jaron kam auch schwarzes Blut, das sah aus wie Öl raus. Und das sind die einzigen, die Menschen sind oder so. Oh! Humanos! Such useless Pawns! Also gewinnen! Ach! Ach! Nauseating! Das ist das Problem! Wir können das Ende auswählen! Es gibt nichts hier, aber diese Völge-Pleasuren? Huh, I see why you would feel that way. But you have not the luxury. Say what you mean. Pleasures and sorrows, meetings and partings, their roots are the same. Tolerance of existence is at the heart of them all. You want me to frolic with them? You shall find there's no such thing as luxury in this world. Everything buds from but a single thought. That you yourself are here is proof definite thereof. Ah, that's the long hair. You need not understand. You can simply remain as you are. That is enough. Let's see. Kapitel 4 Immer noch Kapitel 3 Junge, Junge, Junge Dir auch, Amiralee, bis morgen Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 5 Geht nicht ein einziges Leben aus Ihren Gehen! Was ist das Varonis? Was ist das Varonis? Wir waren diejenigen, die verabschieden sind. Das ist das! Alle, zurück! Vorher, zurück! Wir müssen uns nicht mehr vor uns. Das war's für heute. Well, well. Smoldering Kameravi. Your name is no mere affectation. A Consul? No. You're... You're... endlich geht es weiter waren wieder 20 minuten cutscenes mannana Fast Level Up! Oh, oh, oh. The sky is getting a little dark. The upper level of the Great Falls, eh? Could we get there by clambering up Colony Lambus? Maybe you and Senna could. Something so valuable here. Shall we deal with this? Oh man, okay, ja, muss ich kämpfen. What? Ah, verstehe. Oh man, ich habe jetzt eingestellt, dass ich selbst, wie ich es hier habe, ich habe jetzt entscheiden kann wer alles sich synchronisieren soll, das ist sehr gut und wer noch Aether, brauche ich noch Aether und noch das, oh Gott ich brauche beides keine Ahnung, wenn ich das mache Was are you hiding, little guy? Fragezeichen, ja, sind die übelstarken Gegner. Da muss ich jetzt lang. Stopp. Kapitel 4 sind wir jetzt, Stufe 27. Dann könnte ich jetzt Grauzone weitermachen, das mache ich auch. Erstmal Grauzone jetzt weitermachen. Und man könnte mal die Kolonien abgrasen, wegen neuen Aufgaben. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist wahr, es ist wahr, es nicht zu schlafen. Entschuldigt. Ist es... Oh, was... You can... You mean... That shot... I never... Right. Vint... It seemed... Gee... I'm a... So now, say... Oh, even... Nacht. All right. Hey. What now? Don't die, you lot. Huh? If you... Uh... It was all... Was this? And you... When you... Either way... Doesn't it? That's about... Whoa, hey, stop! Gray. Gray heißt er. Der jute Alte. What was that guy's... Stuff if I know. Well, that does seem... Just... Yeah. Gray, huh? Haben wir den jetzt erzählt? Abgeschlossen. Ja... Wer, 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 wer? Juni! Fühle ich. Den fühle ich. Und wie ich den fühle. Und wie ich den fühle. Und wie ich den fühle. Oh, Junge. Oh, Junge. zu negieren, das hier ist ein super sturm, super sturm, juwelen geht dann, ja spalter ist gut, was haben wir da, auch gut, ausrüstung, angriffskraft auch gut, das ist schlecht, so jetzt könnte man mal ein bisschen schauen, ob es nicht nochmal irgendwo ein paar nebenmissionen gibt, ne, in der stadt oder so, in der gamma kantine, das klingt ziemlich ernst, hier ist auch hier aha, hier gibt es auch so, hier kann man auch so Zeug kaufen, gut zu wissen auch auch aha, hier kann man auch hoch war ich hier schon, ne, hier war ich noch gar nicht was hier 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 Okay, dann besprechen wir mal und essen. Wir haben ein paar neue Freunde gemacht. Das bringt halt auch irgendwie gar nichts. Eine 100 EP ist doch nix mehr. Wird deswegen jetzt 100 SP geben. Wollen wir unsere Hände zusammenlegen? Wollen wir unsere Hände zusammenlegen? Wollen wir unsere Hände zusammenlegen? Okay, bevor wir da die Ausbildung weitermachen, einmal speichern und die Folge beenden. Das machen wir in der nächsten Folge. Also Leute, liked das Video, ihr wisst das, abonniert den Kanal für die nächsten Folgen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.